Tja, es fehlen mal kurz 20 Minuten Aufnahme, weil die Playstation 4 einfach ein Haufen Scheiße ist, wenn man was aufnehmen möchte. Man kommt kurz auf die Share-Taste und futsch ist die Aufnahme. Einfach mal weg. So, 20 Minuten haben wir. Wir gucken mal schnell auf unsere Statistik. 4,44, das sieht gut aus. Man kann heulen, echt zum Heulen. Wie oft das mir da schon passiert ist mit der Playstation. Ich glaube, die anderen, die tun das dann einfach auf dem Computer-Desktop oder so aufnehmen. Es ist zum Weinen. Man kommt kurz drauf weg. Man wird auch nicht vorgewandt. Möchten Sie es gleich abspeichern? Nö. Einfach futsch die Aufnahme. Somit auf ein neues. Fazit, ihr habt jetzt 15 Minuten verpasst. Es ist wahnsinnig. Ja, ich helfe dir ja schon. Mensch, 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 Mensch. Ärgerlich. Einfach ärgerlich. Ich habe kein Recht, mich so auszuschmieden. Worum es auch gehen soll. Wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Ich... Ich... Kommt schon, es geht von unserer Zeit weg. Bitte, 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 redet schneller. Das hat bis später Zeit. Gibt Gas. So, und klettert drüber. Einmal schön die Landschaft genießen. Und sich jetzt bitte nicht wieder drüber aufregen, dass eine Aufnahme einfach futsch ist. Das ist auch schon anderen Spielern passiert. Trotzdem. Gott, was habe ich da alles erzählt? Ja, äh... Evolutionstheorie. Das ist üblicher halt, ne? Wie stellt man mehr fair? All das. Ah, die Formeln habe ich durchgegeben. Und ihr könnt das alles nicht mehr hören. Tut mir echt leid. 20 Minuten futsch. So, über die Brücke. Und ich wette, die geht kaputt. Jawolle. Und push. Ja, wir müssen... Du musst nicht hängenbleiben. Wäre auch eine Idee, ne? Versuch's mal. Und, klasse. Und die Kölfe sind für die... Wasserfall. Wasserfall. Und das Lied. Oh, mach's. Okay, ich bin okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. So, müssen wir noch einmal schwingen. Schwingen! Datsan! Oh, jawohl. Nein, kein Video. Das ist ein Video. So, schön. Und die Kölfe sind für die... Oh, da weiß ich, da habe ich mich mal so gut von aufgenommen. Ich wusste nicht mal ansatzweise, wohin. Ich hätte null Plan. Da wüsste ich nicht mehr weiter. Ah, wartet. Ne. Nö. Nein. Krieg mir nen Scheiß. Hier hoch. Ah, wie der Klickkette. Da haben wir ein paar Sekunden verschwendet. Über den Müll. Komm, gib Gas. Los geht's. Ach, von was wir es noch hatten. Geschenke für mich. Kommt ja bald Weihnachten. Sind ja noch ein paar Müllnötchen. Zwei. Zwei Monate. Und danach wird noch der alte Sack 30. 30 fertig. 30. Brrr. Schon beinahe gruselig. Ja. Sorry, kommt nicht böse gemeint. Dann hat er einen Dreier davor. Man wird halt nicht jünger. Aber ist nicht so schön. Es gibt Schlimmeres. Nächstes Kapitel, denke ich, oder? Doch, das war doch hier. Sehr schön. 18, 2, 5, 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 5